Okay, alles klar, spiel mal ne Runde gegen... Warte mal, ich mach mal kurz mit so ein bisschen lauter. Mal ne Runde gegen Bots spielen. In dem Falle gegen Bot Mike. Bereit? Ähm, ne noch nicht. Jetzt läufst du wieder hin, oder was? Nein, ich muss kurz meine Dings noch einstellen, warte mal kurz. Ich schieße auch nicht, versprochen. Kali, Mann! Wir nehmen jetzt nur einmal AK und USP. Ach komm, Mann, ich war doch drauf. Nicht auch. Alter, warum ist meine Arme so auf? Alter, warum ist die hinten so abgeranzt seit Neuem? Geh weg! Was war das denn? Ach, geh doch, wett du! Jetzt ist der Zeit! Oh Gott, jetzt bin ich ganz schlecht. Nein! 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 Ich war grad zum fucking Reload. Jetzt geht er nach oben, ey. Okay. Oh Gott! Nein, Mann, komm! Ich war so drauf, denn du kannst es wieder auf YouTube angucken, Alter. Alter. Alter, warum ich hier gegen so'n... ...Fotfallier sein? Das ist ganz schlimm. Dein Bein hat nicht geschlossen. Aber da ich jetzt weiß, dass du hier hingehst... Hi! Nein! Nein! Irgendwas im roten Bereich, keine Ahnung. Wow. Damage vom... Ach, ich hatte noch 17 HP! Wow. War das jetzt sick oder nicht so? Tja, war das jetzt sick oder? Hau mal, Jonas, ich glaub' er weiß das. Boah! Aha! Hab dich! Nein! brett, alter! mann warum bist du nur so stark geworden? ey, ich war so... ey, alter, du willst kotzen, wenn du das nicht fällst wo warst du denn? wo warst du denn? der war dein Gott du kommst doch immer in der... dein Gott Ecke